Für die heißesten News in Sachen Gadgets und Technik kommen Sie am besten mit Sci-Fi nach Las Vegas zur Consumer Electronics Show. Das ist Sci-Fi von der CES. Eines der fortschrittlichsten Produkte dieser CES ist der IOHawk. Ein brandneues Transportgerät, das Sie intuitiv durch den Verkehr rollen lässt. Der IOHawk ist ein intelligentes Ein-Personen-Transportmittel. Er ist einfach zu benutzen. Erster Fuß rauf, zweiter Fuß rauf und dann den Körper entspannen. Danach können Sie tun, was immer Sie möchten, denn er passt sich Ihren Bewegungen an. Sie können auf einer Briefmarke anhalten und enge Kurven fahren. Auch Aufzüge oder Rolltreppen stellen kein Problem dar. Die Reichweite einer vollen Ladung beträgt 16 bis 19 Kilometer bei einer Höchstgeschwindigkeit von 10 kmh. IOHawk bietet unendlich viele Einsatzmöglichkeiten, aber vor allem ist er toll für die letzten Meter einer Wegstrecke. Sie nehmen die U-Bahn oder ein Auto, legen den IOHawk einfach auf den Boden und ab geht die Fahrt. Das ist effizient und Sie sind schneller vor Ort. Das war ein weiterer Beitrag von Sci-Fi auf der CES. Ihr seht Sci-Fi, imagine größer.